Hat unsere Spieler auf? Telekom Basketball. Live und on demand. Jetzt mit NBA und World League. Cameron Long sichert sich den Ball. Und dann wechselt er einfach mal das Tempo. Dribbelt sich durch die komplette Bonner Hintermannschaft und dann lässt er es krachen. Für die S. Oliver Barstens jetzt richtig deutlich zu machen. Das geht es! Cameron Long!